Jetzt überall im Handel. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler, die Dezember-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Der Delta-Riese. Wenn ein so erfahrener Hechtangler wie Uli Bayer über einen Angeltag seiner letzten Saison förmlich ins Schwärmen gerät, dann muss schon etwas Außergewöhnliches passiert sein. Von einem Erlebnis mit einem wahrhaft kapitalen Ende erzählt Uli in seinem spannenden Film. Partikelköder leicht gemacht. Egal ob Tigernuss, Hanf oder Kichererbse. Richtig vorbereitet gelten diese sogenannten Partikelköder als echter Karpfenmagnet. Holger Lukas zeigt, wie man sie fangfertig zubereitet. Das braucht der Allrounder. Sie sind auf der Suche nach einem Komplettset zum Spinnfischen, mit dem man neben Hechten auch Zander und Barsche fangen kann? Sie wollen außer Gummifischen auch mal einen Wobbler in den Karabiner hängen? Dann hat Matze Koch genau das Richtige für Sie. Das Spinnwunder-Set. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Die Dezember-Ausgabe. Jetzt überall im Handel und natürlich wie immer mit Gratis-DVD.